Die Hausaufgaben gestern waren doch ziemlich schwer und ich dachte, es wäre ganz sinnvoll, dich danach zu fragen, ob du... Oh Mann, erschreckt mich doch nicht so. Ich dachte, ich könnte dich fragen, ob du gute Lernhilfen und Übungsbücher kennst, die billig und für mich leicht verständlich sind. Ach, vielleicht noch. Oh, Hagimura, lustigst du das? Oh Gott, wie kann man im helligen Tag Sex haben? Es ist ja kein richtiger, nur... Ach, schau. Hagimura, du magst Milch nicht, wahr? Milch unterstützt dein Wachstum, daher ist sie sehr wichtig. Sie mögen wohl keine Milch, oder Präsident? Herzlichen Dank, dass du dich auf meine Brüste beziehst. Es ist weg. Es ist weg. Nicht hier. Es interessiert mich zwar nicht, aber darf ich fragen, was fehlt? Ich habe Melonenbrot im Schulkiosk gekauft und hier abgelegt. Aber wo ist es hin? Ich weiß es nicht. Ich verstecke nichts in meinem BH. Dieser Raum war definitiv abgeschlossen. Mit anderen Worten, die Tat wurde von einem Insider ausgeübt. Was bedeutet... Frau Yokoshima, Sie haben mein Melonenbrot gegessen. Direkt auf mich los! Sie vertraut dir wohl nicht. Hier, fürs Melonenbrot. Nun ja, ich habe es wirklich für mich beansprucht. Was denken Sie sich dabei, einfach Eigentum von Ihren Schülern zu stehlen? Na ja, ihr kennt das doch. Wenn man etwas Scharfes ist, braucht man danach etwas Süßes. Sie haben etwas Scharfes gegessen. Nein, aber ich habe etwas unglaublich Bitteres getrunken. Gut, aber passen Sie in Zukunft bitte besser auf. Diese Frau wird das sicher nicht tun. Niemals. Aber mal ganz ehrlich, wie konnten Sie so schnell den Täter finden? Wenn ihr behauptet, dass ihr es nicht wisst, dann sagt ihr die Wahrheit. Ich glaube fest daran, dass die hier versammelten Personen sich nicht zu Lügen herablassen. Präsident! So kennt man sie. Es ist ja nicht so, als würde ich mein Alter fälschen.